Sinnestäuschung Sinnestäuschung bedeutet, dass man etwas wahrnimmt, was es gar nicht gibt. Sinnestäuschung ist eine illusionäre Wahrnehmung durch ein Sinnesorgan. Sinnestäuschung wird auch als Halluzination bezeichnet. Fata Morgana zum Beispiel ist eine Sinnestäuschung. Yogis würden sagen, das ganze Universum, wie wir es wahrnehmen, ist eine Sinnestäuschung. Die Welt existiert nicht so, wie wir sie sehen. In Wahrheit ist alles Brahman, eine göttliche Wirklichkeit. Auch die moderne Physik sagt, dass es nur Schwingung und Energie gibt und alles hängt mit allem zusammen. Was wir wahrnehmen als von uns getrennt, ist in Wahrheit eine Sinnestäuschung.